Der Sommerpullover Eddie und Junior sind im Einkaufszentrum. Papa, warum sind wir hier? Du hast diesen Laden. Ich brauche einen Pullover. Es ist Sommer. Eine Verkäuferin kommt zu Ihnen. Hallo, Eddie. Da sind Sie ja wieder. Ja, ich heiße Eddie. Äh, ich meine, hallo. Oh, jetzt weiß ich, warum wir hier sind. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich suche einen Pullover. Sie sollten diesen grünen Pullover anprobieren. Er passt sehr gut zu Ihren Augen. Toll. Danke. Aber du hast grün. Sei leise. Ich liebe grün. Eddie zieht den Pullover an. Sie sehen toll aus. Der Pullover ist zu klein, Papa. Was? Nein. Er ist gerade im Angebot. Ich nehme ihn. Und ich werde ihn ganz oft tragen. Zuhause. Und ich werde ihn ganz oft tragen. Fantastisch. Einen schönen Tag noch. Und bis bald. Wirklich? Lass uns gehen, Papa. Eddie und Junior verlassen den Laden. Geht es dir gut? Dein Gesicht ist ganz blau. Es ging mir nie besser. Der Pullover ist so eng, dass du ihn nicht mehr ausziehen kannst, richtig? Und dass du dich? Ja. Komm, in dem Laden da drüben gibt es Scheren. Blau Suche Diesen Laden Diesen Laden Diesen Laden Diesen Laden Diesen Laden